Wir haben eine Pistole gecraftet. Gucken wir mal. Hä, naja? Reicht doch. Oder musst du nun die MP5 und MP7 craften? Ja, eigentlich musst du irgendeine Waffe craften, glaube ich, oder? Bei dem Quest. Unlock my Matic's basic equipped and get MP7 submachine gun formula. Ach so, ja stimmt. Du musst das eine Ding bestimmt unlocken, ja. Okay, ich bin bereit. Aber ich habe immer noch eine Unterhose an. Das ist irgendwie uncool. Ja, habe ich auch. Dings habe ich noch nicht. Du brauchst ein bestimmtes Plastik, um Sachen herzustellen. Aber du hast, glaube ich, bei irgendeiner Quest hast du eine Schuld... Eine... Eine Schuld, sage ich schon. Die heißt denn das... Oh Gott. Eine Hose. Ne, nicht eine Hose, ich bin behindert. Bruststück. Das habe ich schon. Aber ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich muss Dingens töten. Was denn? Was bist du töten? Will ich töten? Nein, äh... Hier schon so. Ich brauche Fell. Ach so. Oder Leder. Die Tiere gibt es hier unten. Die Tiere gibt es hier unten. Hm. Okay, wir können das... Wir können es auch komplizierter machen und hier hinlaufen. Auch... Vielleicht habe ich mein Haus markiert? Die Bäume. Toll. Was? Ich habe eine Markierung auf meinem Haus. Ich habe eine Markierung auf meinem Haus. Ich habe eine Markierung auf meinem Haus. Ja, natürlich. Du kannst dich zum Haus zu töten. Dann... Ich habe aber eine Markierung. Ja, dann macht die weg. Geht nicht. Das ist glaube ich nicht mit... Ach doch, warte mal. Ja, wie sieht die Markierung aus? Was für eine Farbe ist das dann? Grün. Ja, Grün. Die kannst du nicht wegmachen. Das ist... Dein Haus einfach. Zu dem du nicht tippen kannst. Jetzt kommt die Unter. Das kann nicht weg sein. Das kann nicht weg sein. Das Haus bleibt immer da. Haus bleibt immer gleich. Alles so wie es ist. Alles so wie es ist. Hält ich dir auch eine geben? Nee, mal. Pistole brauche ich nicht. Ich habe nur schon einen Shotgun. Mein Kopfschuss. So. Danke. Das sind die guten Teammates. Da merkt man es. Irgendwo sind die hier auch schon gelatscht. Hörscher sind hier eigentlich überall. Soweit ich noch weiß. Naja, ich habe schon welche im Visier. Boah, habe ich FPS Drops gerade gehabt. Holy shit. Boah, kann man nicht mal mit Anstand jagen. Mit einem Pucking. Nee, warte. Hast du noch gar keinen... Eine Armbrust hast du gar nicht, ne? Doch. Ich wollte gerade sagen. Das ist eine Armbrust, Junge. Ich habe keine Pfeile. Da kann ich sie geben. Ich habe schon Kupferpfeile. Was ist da das? Aha. Wo sehe ich denn jetzt hier mein... Mein... Was ist denn was? Fälle oder so. Was? Wo ich das Fell habe. Ach da. Einen habe ich. Aha. Oh, Kroko. Größer Kroko. Hier. Steckst du nicht von einem Kroko nicht auffällen? Theoretisch. Also naja, nicht Fell, sondern... Wer ist das denn? Egal. Mach mal Kroko. Doch, kriegt man Fell. Naja, passt doch. Hier ist doch auch ein Ziel hier. Hier und da auf dem Hügel. Hä, du hast es noch gar nicht abgebaut. Hier. Ist doch eins. Wo? Na wie? Genau vor mir. Ich war's. Ah, das kleine Lämpchen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier wird... Alles wird jeder getötet. Das ist... Scheißegal, ob das ist. Drehkitzes. Nicht mal halt vor kleinen... Vor Kindern macht er. Wir brauchen Loot, habe ich gesagt. Hier geht's um Loot, Loot leveln. So. Ach so, der Saab ist wieder da. Ne, Saab kannst du einfach die ganze Zeit beschwören. Wenn du Tab gedrückt hältst und dann kannst du Summonie machen. Und dann kannst du mit dem interagieren. Er ist gerade einfach gekommen. Ach so, ne. Das kann sein. Ja, okay. Wo wollen wir hin? Na, hast du jetzt genug? Leder oder so? Ich habe genug. Ich weiß nicht. Jetzt vergesst du, wie viel ich brauche. Ja, das wird schon genug sein. Oh, wie hast du denn das Leder gebraucht? Für die Hose. Ja, die Hose wirst du eh nicht herstellen können. Das sage ich dir doch. 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 Du hast dieses Plastik nicht. Nein. Nein. Du hast das blaue Plastik nicht. Das habe nicht mal ich. Wetten wir. Wetten wir. Wetten wir. Wetten wir. Wetten wir, dass ich die Hose herstellen? Okay, kannst du es gleich zeigen. Komm, komm mal her. Das muss mal Zombies töten. Oh, es gibt sogar eine. Was gehört? Fürs Person. Ich weiß nicht, wo du bist. Junge, ich werde angezeigt. Mit einer Eins. Da hinten. Da hinten. Ja, die Eins ist so winzig. Ja, komm ey. Die deine scheiß Brille an. Die verschwindet im, äh... Im... Ding. Hier ist ja noch eins. Ach, krack. Ja, ja, klar. Trotzdem. Schmeiß du mich mit irgendeinem Scheiß? Ja, klar. Schmeiß du mich mit irgendeinem Scheiß? Schieß ich auf die. Warum du nicht? Ich hab für eine Shotkampf. Mach dich auf Nahkampf. Oh, Mensch. Jetzt hab ich eine Shotkampf. Scheiße, ich bin Nahkampf. Aber du... Wo hast du eine Munition? Warte mal, hier ist noch irgendwo eins. Hier war die Munition. Ich hab mir die hergestellt. Nee, du verbrauchst, hast du so viel Munition für so kleine Viecher. Ja, wo ist denn das Vieh? Ich höre doch immer noch, dass irgendwelche Viecher in der Nähe sind. Hast du im Haus? Nee, ich glaub, ne, im Haus hab ich ja schon alles. Ich glaub, über im Haus. Nee, das finde ich, was wir sehen hier. Voll für Loot. Das ist ja gut. Dann neb auch. Dann bist du da. Oh, ich will Zombies. Wo? Im Haus? Oh, hier ist ne Kiste. Ja, Kiste ist gut. Wo, 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 wo Kiste? Hier bei mir. Hier bei mir. Unten. Okay. Hier ist auch immer was gewesen. Kann ich die Öffnen? Nee. Hä? Wo hast du die Kiste gesehen? Ich seh hier keiner. Im Haus. Was ist so im Haus? Im Haus. Ah ja, da hinten, ne? Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Was? Boah, insane. Ich hab nen Karton. Brauch ich. Ist für meine Katze. Das kann ich, wenn wir das Scaling noch ein bisschen runter machen, damit ich... Obwohl, scheiße ist es ja gar nicht. Das hier ist das. Hier machen wir mal auf. Hier gehen wir jetzt zurück. Ja, warte ich war gar nicht mehr auf dem Dach. Was ist denn auf dem Dach? Ja, gar nix. Ab auf das Dach kann man auf. Na, ich denke doch. Hier sind doch links. Hier ist noch ne Treppe. Ja, das ist ne Leiter. Also, naja, mein ich doch. Nee, jetzt ne Treppe, das ist keine Leiter. Nee, mein Hausleif ist ne Leiter. Was? Auf dem Balkon ist ne Leiter. Achso. Hier links. Ja, das kann sein. Vielleicht sind wir hier noch... Nicht gesehen. Hier ist noch irgendein Gegenstand, aber irgendwie kann ich's nicht aufheben. Oh, wir sind Spinnen. Wo sie passiert. Das ist Spinnen. Spinnen. Mit acht Beinen. Ja, hab ich schon gesagt, ich bin. Achso, das ist der Scheiß. Das ist der Scheiß. Da ist ne Kiste. Na gut, scheiße. Sind die Leichen von den Spinnen schon weg, ja? Nee, die explodieren. Achso. Macht Sinn. Ist ja auch ne Spinne, ne? Explodiert halt. So. Ähm. Ja, lass es einfach Richtung... Ja, warte mal, was brauchst du? Du brauchst ja nur... Guck mal, ob du offgelevelt hast. Hast du nicht? Äh... Ja, ob du halt Matrix hast. Ja. 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 G7. Hm, die findest du, warte, wenn du... Warte kurz. Äh, da musst du bei... Warte... Äh, bei Crafting, glaub ich. Genau. Bei Crafting auf der rechten Seite ist Basic Gear. Das ist das... Die dritte Reihe. Ach da. Mhm, mhm. Zwei Stück soll ich dafür. Puh. Ja, das ist ein Level eigentlich. Ah, ich bin gleich Level 5. Naja, ist doch gut. Ein Zombie? Da. Okay, so. Ich weiß mal, ob ich die Hose bauen kann. Bauen. Ja. Nähen. Herstellen. Crafting. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hab ich hier irgendwie sowas wie so ein Maximalgewicht? Nee, oder? Warte kurz. Äh... Doch, ich glaub schon. Hm... 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 Ach so, dieser Arm wahrscheinlich, oder? Nee, oder das ist die Ausdauer. Nee, das ist die Ausdauer. Nee, das ist die Ausdauer. Na, wenn du i drückst... Na, doch klar. Wenn du i drückst, dann siehst du doch hier... Ich hab jetzt 42 Kilo von... Äh... Von 90. Bei 120 kriegst du Stamina Loss und bei 140 kriegst du noch mehr Stamina Loss. Also Unbewegungsgeschwindigkeit wird halt kleiner. Logischerweise. Das hab ich auch gelevelt. So, und jetzt... Es geht das Richtige, wie gesagt. Bei... Bei... Weapon... Nee, stopp. Ich hab's schon gemacht. Bei Crafting und dann Basic Gear brauchst du. Gut. Bei Crafting und... Into Schiff. Bei Crafting und... Territing und... Neh, Wolf... Für dodge auch. Ich habe keine Bullets und Supplier-Serkpunch. Oh, das ist ja sehr bequem. Ich habe das jetzt durchsichtig gemacht, diese Anzeige. Das sieht richtig geil aus. Das habe ich alles CPU, FPS, RAM, GPU. Habe ich eine Anzeige und die ist ja komplett durchsichtig. Sieht richtig cool aus. Ja. Fast, super. So, jetzt will ich mal sehen, wie du die Hose herstellst. Ich kann, ehrlich gesagt, du würd ich hier gerne auch... Äh, stopp. Oh, ich habe auch eine neue Jacke freigeschaltet. Cool. Oh, eine neue Hose. Aber die sieht irgendwie komisch aus. Ah, sieht besser aus. So. Komm, ey. Ich schicke jetzt F, nochmal F, nochmal F. Und jetzt hold to confirm. Und jetzt warte mal, welche Person hier eine neue Hose hat. Ey, was? Ich verstehe nicht. Also, dann hast du vielleicht eine andere Hose als die in sich. Natürlich. Das wird sein. Das wird sein. Das wird sein. Das wird sein. Ja, ist ja schön. Finde ich gut. Ich habe allzu wenig height. Height? Was? Ich weiß auch nicht. Bin genau so einiges. Ahnungslos wie du. Aber dieses Blau-Plastik, hast du das nicht dazu gebraucht, das herzustellen? Meinst du Happy Fabric? Bestimmt, ja. Keine Ahnung. Also, ich habe zwei ein bisschen Stück davon. Nee, ich habe noch kein blaues Plastik gefunden. Oh, ich habe voll die hässliche Hose. Das ist so eine Hochwasserhose. Worte, ich komme gleich hoch. Vielleicht komme ich runter. Das ist halt ein Zeigmal. Oh, Alter. Ich habe noch gar nicht vom Hoch. Komm, komm mal, komm mal her. Ganz klettern. Da siehst du. Ja, ist okay, mein Gott. Das ist die Weiße, ey. Ey, aber warte mal. Zeig mal. Wie hast du die denn hergestellt? Hä? Ich verstehe das nicht. Ja, hier. Da gehst du auf Armor-Crafting. Hä? Bei dir geh... Okay, warte mal kurz. Warum könnte ich die denn bei mir denn vor nicht herstellen? Oder habe ich das übersehen? Ja. Weil das habe ich ja auch schon alles... Ich habe die vor nicht gesehen. Äh, ich kann doch die andere Hose herstellen. Warum habe ich dann... Warum habe ich denn noch das blaue Plastik? Hey, jetzt brauche ich das vor allem nicht mehr? Nee, ich kann schw... Ey, ich kann schwören, als ich vorhin... Kein Scheiß, Mann. Als ich vorhin diese Sachen her... Alle Sachen herstellen wollte, stand da da, ich brauche dieses bestimmte Plastik. Ich weiß nicht mal, wie dieser Gegenstand hieß, was ich angeblich gebraucht habe. What the fuck, ey? Aber ich habe kein... Äh, gib mir mal ein bisschen Leder, Michi. Bist du noch oben, oder nicht? Ich bin noch oben, ja, in meinem Haus. Dann gib mir mal ein bisschen Leder. Komm mal rüber zu mir. Ich brauche... Warte... Äh... Zwei... Dann... Ich habe dir alles gedrückt. Ja, gut, stimmt. Mal her. Ui, fünf, Alter. Übertreibt man nicht. Jähriger Bastard. Ähm, was? Fünf. Vielleicht haben wir ja nur sechs gesammelt. Ach, scheiße. Was brauche ich? Oh, hast du Kleber? Ich brauche noch zwei. Hab' ich, glaube ich, schon alles vergesnippt. Ja, warte mal, aber... Wo finde ich den denn? Na, im Inventar halt. In welchem Abteil? Na, bei Materialien bestimmt. Ich bin noch stark davon aus. Ah, ah. Nicht? Ne, ich habe keinen Kleber. Oh, mein Gott, jetzt konnte ich keine Rose herstellen. Leck mich. He, he. Ja. Aber vielleicht kriege ich noch Kleber. Ich habe noch Sachen zum Kaputtmachen. Ja, da macht ihm mal Sachen kaputt. Wenn wir eh schon hier oben sind. Leck gekriegt lieber. Aber ich habe jetzt was gekriegt. Und ich habe das. Okay. Okay. Warte. Okay, so. Jetzt habe ich, glaube ich, genug. Die fucking Mose. Hä? Oh nein. Jetzt habe ich kein Leder mehr. Ach, leck mich doch. Ja. Ist das ärgerlich. Naja, egal. Ach so. Oh, elektrischer Chip brauche ich noch. Damn, wo ich... So ich die Scheiße herkriegen? Naja. Egal. Let's go. Ich habe mir wenigstens Handschuh hergestellt. So, warte mal. Was ist mit dir? Du hast ja jetzt aufgelevelt. Was hast du jetzt für eine Quest? Ich muss Munition erstellen. Naja, dann kannst du das direkt machen. So. Ah ja, stimmt. Ich kann mir eine... Wo mache ich denn die hin? Die mache ich, glaube ich, unten hin, ne? Ja. Ja. Äh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja so wollen wir jetzt quest machen ausgaben später bauen ich entscheide dass man nicht so ein kleines dach machen kann der muss jetzt sowieso auf was muss jetzt sowieso auf ach du musst auf passt auf ich brauche hier aufstehen aber das brauche ich nach Patienten grieße es nicht immer ja stimmt ich habe leder gebraucht so warte mal eigentlich ach so ich habe keine metric mehr das war mit dem kopf war und du kannst waffen noch upgraden übrigens brauchst einfach nur kupferwaren dazu und diese supplies workbench war das glaube ich oder guck mal kurz ne nicht die die andere bei workbench wo du waffen herstellen kannst glaube ich ah ja hier kalibrieren heißt das calibrate ja am anfang brauchst du nur kupferwaren und dann brauchst du dieses star da äh stardust kriegst du halt bei irgendwelchen erfolgen und allgemein quests halt so 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 habe ich das nicht von hergestellt curiosity catcher habe ich habe ich gar nicht im inventar oder da habe ich das aber nicht gesehen wo habe ich das denn ich sehe es gar nicht muss ich das auf der karte einfach anzeigen lassen track rechtsklick naja das ist das nicht naja ich sehe es jetzt auch nicht naja egal so und was muss ich bei diesem event noch alles machen das ist hier naja fahren das habe ich jetzt alles fertig chapter 1 komplett chapter 2 habe ich komplett chapter 2 habe ich komplett chapter 2 habe ich komplett ich auch komplett jetzt chapter 4 muss ich jetzt ja mein motorrad muss ich da machen unlock after 5 day login achso das kann ich erst morgen machen ok 3 von 7 37 habe ich jetzt dann habe ich hier 38 39 40 41 und wenn man das alles fertig hat dann kriege ich noch das hier dann habe ich 51 und dann habe ich diesen dieses kostüm komplett freigeschaltet was machst du noch machst du den haus weiter mhm ok 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 so jetzt sehe ich das ja ok ok oder ich geh einfach hier kurz rüber, kann ich hier noch, ja ich kann hier noch bauen so hier so ich muss es noch bequemer so 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 perfekt so 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 hast du eine kiste gebaut nee noch nicht da braucht man glaube ich irgendeinen Gegenstand den ich noch nicht hab gut geht ich Oh, nice. Currently not raining, huh? Wo ist das Wasser hin? Muss ich da noch irgendwas hin machen oder was? Muss ich da noch was rein machen? Oder muss, oder ist das kein Auffangbehälter und ich muss das in diesem Auffangbehälter rein machen? Den ich, wie gesagt, noch nicht hab. Ja, das stellt eine Nähe. Da kommt einfach dreckiges Wasser, kommt einfach in den Container rein. Da ist nichts reingekommen, es ist einfach nicht lang genug geregnet. Hm. Irgendwie sowas. Naja. Nichts machen. Ja. Ja. So. Okay. Wir könnten das ja... Eigentlich egal. Das ist so. Jetzt wird es... So. Jetzt wird das. So. So. Da sieht jeder aus. Was meinst du? Der Boden. Ach, ich glaube, ich habe schon wieder nicht mehr Kulls. Ja, dann stelle ich glaube, ich habe runter einfach. Wo ist das jetzt? Ach so, haha. Das habe ich hier falsch gebaut. Mal gucken, vielleicht wer in der Richtung ist sowieso. Jetzt will ich hier mal kurz zuhören. Ich brauche jetzt. Das war's für heute. Ich muss sagen, diese Survival-Elemente, die es hier gibt, also dieses allgemein Essen und Trinken, also musst du halt fast gar nicht. Also dafür, dass du das halt sehr einfach schon im Early-Game herstellen kannst. Ja, also wann musst du denn trinken? Jede halbe Stunde oder sowas, wenn überhaupt? Also, hm, ich weiß nicht, das müssen die, glaube ich, noch ein bisschen anpassen. Das ist noch nicht so ganz der Hit. Dann muss man so... Das ist noch nicht so... Das ist bei dir auch nicht... Ey, wie? Ich habe kein Building vermischt. Was soll denn das? Das ist noch nicht so... Das ist noch nicht so... Ich bin auch nicht so... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020